Nachladen. Nachladen! Hä? Ist einfach nicht. Ob. Ja. Das finde ich immer wieder lustig, wenn irgendwelche Sachen dann auf einmal noch umspacken, obwohl sie gar nichts mehr raumspacken sollen. Meine Fresse. So. Ähm. Legt hier irgendwer noch Munition rum oder... Sachen, andere Sachen, die von Nützen wären. Nütze, 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 Nütze. Nagi! Ich frage mich sowieso, wo der herkommen soll. Ha. Verkriegt sich da ein Eck, bis sie mal kommen. Äh. Äh. Schwabbel. Hallo. Äh. Äh. Er ist tot. Echt? Wow. Wo kommst denn du her? Ich trete dir ins Gesicht, du Assi. Ich versuche, in deinem Arm zu sprengen. Äh. Ich stehe auf dir drauf, ich bin klein. So. Feindkontakt, und der läuft einfach weiter. Feindkontblag. Näh. Kennt ihr Feindkontblag? Feindkontblag ist... Feindkontblag. 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 Geh mal bitte sterben, du Spackeln. Oh Gott, diese Musik immer. Werde mal jetzt diese Musik an. So, hier ist auch noch was So Verstärkung Telefonmast In der Nähe des Telefonmast Telefonmast Nein Ihr werft keine Gornaden auf mich Nein Okay Mach dir nicht Oh, da haben sie schon wieder das Tor zugemacht Ich bin immer voll böse von denen, wenn die scheiß Tore zumachen So, lass mal hier Bäh Lass mich mal hier rein So, hier sind Meine Fresse Mach doch auf Bäh So, hier ist das Zeug Schrotgewehr und Sachen So Ich muss mal ein Schloss aufschießen Schießen Schießen So Früher habe ich immer gedacht, man muss da rein Weil da nämlich auch die Tür aufgeht, wenn man eine Granate hinschmeißt Bam Da habe ich immer gedacht, ich muss da hin Obwohl das eigentlich gar nicht geht Man kann da nicht hin Gott, diese scheiß Musik So In Wirklichkeit muss man nämlich einfach nur hier laden Hier hin Aber das ist auch voll gut gemacht, ey Confined Space 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 Shuttle Hallö Hallö Die ballern einfach alle ohne mich Das finde ich ähnlich schön Dass die alle ohne mich ballern Lamp Da So Wie lange haben wir jetzt eigentlich schon wieder aufgenommen? Ich glaube 10 Minuten erst Dann werden wir noch ein bisschen aufnehmen Da Nö, nix da Tschüss Ich bin gar nicht da Ach, die Kacktür zu ihr zieht's Statusbericht Aufzugprobleme Die Wartungsabteilung ist über die gelegentlich auftretenden Bla 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 Kronote So, ich sollte schnell wieder hier raus Schnell Lauf 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 Bam Nachladen Sag mal Achso, nee, das war ja Stimmt, ja Okay Jetzt müssen wir erstmal so viel Scheiße holen wie nur möglich Vor allem XS XS-Schockgranaten werden jetzt sehr wichtig sein Denn wir werden jetzt das erste Mal auf so einen Schwuchtel treffen Der sich cool fühlt und in einem fetten Anzug durch die Gegend drin Das finden natürlich die meisten Leute einfach nicht toll und jeder hasst ihn Und es ist ihm einfach egal und deswegen macht er den Kacken Und er kackt hier jedem scheiß Kugel ins Gesicht So, keine Kugeln eis, sondern scheiße So So, Warstuhl aktivieren geht nicht, weiß ich Hilfe, Hilfe, Hilfe Woa Oho Oho So So Mehrere Verwundete Nein, nein, nein Gut Okay Okay, nehmen wir es nicht mehr zu helfen, okay Ähm Oh, noch mehr Spacken So Panzerung Jetzt nehmen wir zwar erstmal dieses Ventil, weil wir da nämlich ziemlich geschützt sind gegen diesen Spacken Ähm Hoffe ich zumindest Kommt hier überhaupt Jetzt schon Fuck, wir haben das Falsche zuerst genommen Beziehungsweise ich Das Falsche zuerst genommen So, ich wusste schon mal die scheiß XX-Schockgranaten aus, weil das nämlich ziemlich sonst haarig wird Haarig im Sinne von Achselhaare Komm, 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 komm Schnell, 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 rein, 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 rein. And back. Ahahahahaha. Haha. Töten sie die Powerarmor-Einheit. Aber, wisst ihr was? Das machen wir jetzt nicht. Wir machen das jetzt nicht. Wir werfen eine kleine XS Schock-Garnate auf den. Nochmal. So. Fuck. Wo ist das dritte Scheißventil? Da ist es. Gut, nimm das mal. Gut, 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 gut. So, so viel weiß kann er uns jetzt nicht kriegen. Renn, 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 renn. Nimm das. Und hier hätten wir verkriegt. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Ha. Du Spack. Stirb. Beckett, Gott sei Dank, es lebt. Es lebt. Es lebt. Es lebt. Es lebt, verdammt nochmal. Es lebt. Ah, das ist gut. Das ist echt gut, wenn es lebt, ey. Ich hab keinen Bock mehr aufzunehmen, ey. Ich nehme nämlich gerade zwei Aufnahmesessions nacheinander auf. Also die nach der Zerfetzung von dem Typen und jetzt noch eine. Aber ich muss ja erst mal vorlesen, das merke ich gerade erst. Sie sind aus der unterirdischen Anlage entkommen und haben Kontakt zu Lieutenant Stokes und Sergeant Griffin aufgenommen. Ihre Befehle lauten beim Treffpunkt am Stadion, um zu ihrem Team zu stoßen. Sergeant Keegan und Sergeant Morales sind mit einem APC unterwegs dorthin. Ja, ich auch. Die Anlage ist Teil vom Projekt Harbinger. Ich bin froh, dass sie sich zu Replika-Commander zu machen. Hat leider nicht sehr gut gesagt, dass sie sich nicht mehr aufhören hat. Sie belauschen uns immer noch? Sie belauschen uns immer noch? Hallo, Ratte. Kann sie nicht. Kacken. Warum gehen wir nicht einfach kacken? Dosen. Wow, die eine Dose ist echt weit geflogen. So. Schlagt euch zum Stadion durch. Guck mal. Geister. Nein, doch nicht. Splittergranate voll. Ich geb dir gleich Splittergranate voll. Bam. So, das war eigentlich schon mal kaputt, damit ich nicht auf dumme Ideen komme. So. Bist du fertig? Ja. So. So, dann gehen wir mal hier lang und hier ist so ein Spacken drin. Äh, Geister. Geister. Okay, Weißbrot. Hallo, Fliegerlein. Nee. Nee. Man kann voll gut zielen. Nee. 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 Oh mein Gott, noch was. Replika-Aktivität. Dringend. Es gibt... Ach, scheiß doch drauf. Scheiß doch auf. Dringend. Geister. Beißbrot. Farbeimer. Kartons. Umzugskartons. Ventile. Paletten. Wasserspender. Stühle. Mülleimer. Müllbeutel. Oh Gott, ey. So. Ab dem nächsten Kapitel höre ich dann auf, aufzunehmen. Hallo, Leute, die hier eigentlich gar nicht sind. Das ist mir auch los, hier. Schwüppel. Spackt einfach. Hold. Abschnitt 4. Zerstörung. Und hier bei dieser Zerstörung, wo leider nicht gespeichert wurde und deswegen muss ich weiterspielen, wollte ich eigentlich gerade aufhören, aber geht nicht. Äh, man kann doch Sachen durchlaufen, du Typen, kann man... Aber wisst ihr, was ich lustig finde? Ich habe letztens mal probiert, dieses Spiel mit Xbox-Controller zu spielen, weil ich ja einen habe. Und, ähm... Ja, ich wollte das damit spielen. Gag, 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 gag. Hört auf, mir dazwischen zu reden. Da kam gerade eine enorme Energiespitze aus der Hopping-Anlage rein. Mit allemal stinestetischer Signatur. Und eine Reaktion darauf, dass da zu Mac ist geflogen. Sie ist dick sauer. Leider hat sie wahrscheinlich gerade sessliche Ripplinge aus dem 10 Kilometer Umkreis geweckt. Also, wie gesagt, ich wollte dieses Spiel eigentlich, äh, mit Xbox-Controller spielen. Aber es hat sich dann herausgestellt, nee, geht nicht. Obwohl, obwohl, hinten auf der Hülle ausdrücklich draufsteht, Supports Xbox-360-Controller. Ausdrücklich steht das drauf. Und da geht's einfach nicht. Das finde ich sehr schwach von den Entwicklern irgendwie. Hallo. Wie geht es dir denn? Tippi? Bluten! Du hast eine Vagina. Vagina. Vagina nicht. Sollte ich damit aufhören? Sollte ich? Sollte ich? Oder sollte ich nicht? Äh, äh. Äh, 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 äh. Okay. So, jetzt wurde gespeichert. Und jetzt kommt auch noch ein ganz lustiger Teil. Und jetzt werden wir uns in einem... Müll-Container. 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 Ich komm nicht in den Müll-Container. Komm ich in den Müll-Container? Ah, ich will in den Müll-Container. Mann. Mann, die Tür sind so unstimmig ins Enkel. Äh, bis zum nächsten Mal, Leute. Und auf Wiedersehen. Äh, 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 äh. Oh nein. ét